Okay, das zum FC Liverpool. Der Peter. Wir sind ja mit Dankführer oder Dankförderig sind wir ja schon so ein bisschen unterhalb der Gürtellinie angekommen. Und ich habe da so einen kleinen Tipp bekommen vom Olli. Und ja, also es dreht sich herum. Ihr müsst jetzt mal wieder die Augen zumachen. Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen recherchiert und ich habe was Nettes gefunden. Und zwar in der Schmuddelecke von YouTube. Und viel Spaß damit. Das ist ein ganz kurzes Video. Wow, das war so cool. Oh, das war so cool. Oh, mein Gott. Normal, normal. Okay. Okay.